Hi Leute, willkommen zurück hier bei Dirt Rally. Wir sind immer noch in Wales mit der 2000er WRC in der Masters Meisterschaft und wir haben heute die Etappen 4, 5 und 6 vor uns. Und dann quatschen wir gar nicht lange, gehen wir direkt voran hier mit Diffron Affon. Die Etappe habe ich gerade nicht so richtig vor Augen, also Sweetlamp und das, was wir gestern hatten, Biddle Moorland, die ist mir mittlerweile schon ein bisschen geläufiger. Aber ich muss erstmal ein bisschen aufpassen jetzt gleich hier. Und links 1 lang, muss ich mir nicht zweimal sagen. Ja, heute wollte ich mal ein bisschen sprechen über den Vergleich von Dirt 4 zu Dirt Rally und warum Dirt Rally jetzt auf, nach ein paar Monaten gesehen, das deutlich beliebtere Spiel ist. Denn wenn man sich die Steam-Spielerzahlen anschaut, das ist ja die einzige Quelle, die man wirklich überprüfen kann über die Steam-DB oder über die Steam-Charts, dann sieht man, dass, ja, mindestens die doppelte Anzahl von täglichen Spielern, wenn nicht sogar das Dreifache ab und zu mal bei Dirt Rally ist und nicht bei Dirt 4. Ja, das hat natürlich viele Gründe. Also, wenn man sich die Spielerzahlen seit Release von Dirt 4 anguckt, dann konnte Dirt 4, sag ich mal, kaum noch jemanden nach Release lange halten. Bei vielen war offenkundig, und das ist auch das, was ich so aus den Kommentaren mitbekomme von euch, war bei vielen relativ schnell die Luft raus. Und ich denke, dass der Your Stage Mode daran einen sehr großen Anteil hat. Denn an sich, das Karriere-System, der Rally-Cross-Modus und so, das war an sich wirklich gut ausgelegt. Sie haben halt viele Kompromisse auch gesucht für die Anfänger wieder, die jetzt mit Dirt Rally überhaupt nicht klargekommen sind. Das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Aber selbst die konnte man offensichtlich dann nicht lange dafür begeistern. Und der Your Stage-Modus ist sozusagen das Kern des Problems, weil wir einfach nicht diese tollen, realen Nachbildungen haben, die wir hier bei Dirt Rally sehen. Alles das, was ich hier fahre, oder ein ganz großer Teil davon, der ist den originalen Etappen nachempfunden. Das, was auch ein WRC 7 dieses Jahr gemacht hat, in meinen Augen sehr erfolgreich. Der Titel hat andere Probleme. Das ist zum Beispiel die furchtbare Kamera. Die furchtbaren Cams, also Cockpit-Kameras, mit diesem elenden, shaky Bewegung. Das macht es für mich ein bisschen schwierig. Aber ich werde trotzdem auch jetzt zur beginnenden WRC-Saison im Januar auch trotzdem WRC 7 fahren. Wahrscheinlich Motorhauben-Kamera. Da finde ich es eigentlich ganz angenehm. Ja, aber dieser Weg, der beschritten wurde, der dann bei Dirt 4 wieder mit diesem Your Stage-Modus ausgesetzt wurde, der einfach unglaublich eintönige, immer wieder sich wiederholende Etappen generiert. Wo man am Anfang noch nicht so richtig wusste, wie viel gibt es denn jetzt, wie abwechslungsreich fährt sich das Ganze. Hat sich relativ schnell herausgestellt, überhaupt nicht abwechslungsreich. Ganz im Gegenteil. Das war der Sargnagel von dem Dirt 4. Handling-Simulationsanspruch im entsprechenden Modus ist genauso wie hier. Da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Und ich finde Dirt 4, wenn du mit dem R5-Fiesta zum Beispiel eine Rallye-Wales fährst, das ist im Prinzip genauso anspruchsvoll wie das hier, was ich hier gerade mache. Oh, verdammt, da bin ich ein bisschen zu weit innen. Aber hier in Sweetlamp zu fahren, hier D-Stages zu fahren, Finnland zu fahren, auch die Schauplätze, das ist einfach eine ganz, ganz andere Welt. Und zusätzlich kommt noch das Problem dazu, DLCs, dass einfach nichts nachgeliefert wurde. So, die war ganz gut. Ich bin gleich gespannt auf das Gesamtergebnis. Na, 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 na. Okay, 10 Sekunden verloren. Ja, auf die Konkurrenten leider wieder ein bisschen verloren. Also wir haben nicht aufgeholt auf dieser Etappe hier. Ja, das Problem ist, uns geht so langsam aber sicher die gute Ausgangslage flöten. Vor allem jetzt im Hinblick auf die Top 3. Haben wir schon fast 20 Sekunden auf den Zau, das ist nicht so gut. Jetzt haben wir erstmal Service Park, gucken wir mal. Das große Problem, was ich jetzt sehe mit Dirt 4, weil es sich halt wirklich anscheinend nicht gut verkauft hat und auch keine aktiven Spieler hat. Sie haben auch keine DLCs nachgeschoben, riesiges Problem. Dirt Rallye hat zumindest in der Early Access Phase neue Sachen bekommen, wie Rallye Deutschland, Rallye Schweden und so weiter. Und nochmal die Rallye Klassen, äh, die Rallye Cross Klassen und so. Und ein paar Autos, Pikes Peak und sowas, kam zumindest was nach. Ich hätte mir auch gewünscht, dass bei Dirt Rallye noch, Entschuldigung, ein bisschen mehr kommt. Kann man nichts machen. Aber zumindest Dirt 4 hat bis zum heutigen Tage keinen einzigen Inhalt bekommen. Weder kostenlos noch kostenpflichtig. Und das ist halt einfach mega blöd. So, immer noch 100% des Autos noch heil. Alles gut eigentlich, aber... Ja, was heißt das? Ich werde mich jetzt mal ein bisschen mehr konzentrieren. 11,4 Kilometer ist auch eine lange Etappe. Wir haben zumindestens kein Regen. Ist schon mal gut. Gestern hatten wir auf, ähm, Sweetlamp, äh, wirklich Regen ohne Ende. Das Problem, was ich sehe, ist einfach, wenn Dirt 4 sich nicht verkauft hat, dann könnte das das Ende für die Dirt-Serie bedeuten. Oder sie machen wirklich wieder ein Crowd-Funding-Projekt in eine Simulationsrichtung wie bei Dirt Rallye einfach, dass man nur auf die Hardcore-Rallye-Fans setzt. Das muss halt sich alles auch finanzieren, ne? Jetzt machen sie erstmal so einen, so einen Fun-Racer, äh, 2018. Mit Formel 1 können wir natürlich auch, äh, immer noch rechnen. Das, äh, verkauft sich anscheinend sehr gut. Äh, kann auch von den Spielerzahlen mithalten mit Private Cars 2. Ist also tatsächlich, ich denke mal auf den Konsolen sogar noch mehr. Mit das größte Rennspiel oder sogar das größte Rennspiel. Ab jetzt, oh, jetzt habe ich Lags. Garte mal, das ist ja gerade ganz furchtbar. Abgesehen von, okay, es hat sich wieder gefangen. Abgesehen, was wird's los, ey? Abgesehen von, äh, Forza und Gran Turismo wahrscheinlich. Was ist denn da los? So kann ich nicht arbeiten. Alter Vater. Ich hoffe, das fängt sich jetzt gleich wieder. Das würde mir bei meinen gefahrenen Zeiten jetzt nicht gerade helfen. Verdammt. Ah, ist ja ganz, ganz schlimme Rückler gerade. Mal wieder kommt das hier. Scheint sich so ein bisschen fangen, zu fangen. Okay. Du warst doch gerade auch schon mal. Oh, das war ein bisschen sehr knapp. Achtung, Kuppel, rechts, sechs, rechts, fünf, über Kuppel, Baumstämmer, rechts, rechts, fünf, wach zu, bis vier, Baumstämmer, außen, 60, Achtung, Kuppel, sofort, auf, verkehre, rechts, 60. Der Anfang ist leicht, so der von eben. Ah, ne, jetzt glaube ich fahre mal einen anderen Weg. Keine Ahnung. Achtung, Kuppel, sofort, links, zwei, nach, voll. Zum Glück hat sich der Lag wieder eingekriegt. So, jetzt Pace erhöhen, konzentrieren, nicht rausbringen lassen. Rechts, sechs, innen, halten, 80. Links, fünf, innen, halten, 80. Links, fünf, land, innen, halten, 130, über, vielleicht, Sprung. Ich muss hier einfach auf dem Gast bleiben und nicht so viel bremsen. Aber ich will auch keinen Major-Fehler machen. Die Kurve habe ich eben schon nicht richtig gut bekommen. Ist auch schwierig, die geht wirklich während der Kurve noch in seine Senke. Also wenigstens Sao, Platz vier will ich angreifen. Dann vielleicht in der Hoffnung, jemand fällt noch aus. Das wäre eine Möglichkeit. Hier noch ein bisschen aufzuholen und vielleicht aufs Podium noch zu fahren. Links, fünf, land, nicht schneiden, Baumstämme innen. Und Achtung, links, sechs, 60, rechts, halten, über, Kuppel, Baumstämme. Und links, vier, Baumstämme innen, machen, auf, land, 80. Bremsen, 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 bremsen. Alter, war das knapp. Achtung, bremsen, Kuppe, kehre rechts. Achtung, bremsen, Kuppe, kehre rechts. Ja, und dem Gaspedal muss man wirklich flüsternd spielen. Rechts, drei, Tor. Achtung, links, halten, durch Tor, rechts, fünf, über Kuppe, macht zu, bis vier. Das Ganze muss richtig schön rund und weich von der Leber kommen. Und links, über Kuppe, 150, durch Senke. Vorsicht, links, halten, über Kuppe, Senke, links, 600. Rechts, rechts, über Kuppe, 150, durch Senke. Gerade auf Shopper-Ready ist das eher immer so eine runde Fahrerreise, nicht so eine eckige und zackige, sondern eher eine smoothe. Und links, zwei, macht zu, bis eins. Pass auf. Rechts, fünf, und rechts, fünf, über Kuppe, über 100, durch Senke. Boah, da war... Boah. Bist du einmal zu weit rechts, schlägst du den Kahn nach links und du bist da fast im Abgrund. Das ist so kräftig, heftig, deftig hier in Wales. Auch gefährlich hier. Und links, sechs, Posten. Links, vier, macht zu, bis zwei. Ja, auch. Ich würde mir trotzdem, auch wenn wir jetzt schon sechs schöne Schauplätze haben, würde ich mir trotzdem auch bei Dirt-Ready noch mehr wünschen. Warum nicht ein schönes Spanier nochmal als Asphalt-Ready rein? Das wäre doch so geil. Sollen sie doch mit den Assets von Dirt 4 noch mal einen Entwickler abstellen, der ein paar geile Etappen zusammenbastelt, ey. Und das Ganze als, mit zwei anderen Rallys oder so, als DLC verkaufen, zehn Euro, wäre ich dabei. Fünfzehn vielleicht, oder? Pro Rally würde ich fünf bis sieben Euro fünfzig Prozent zahlen. Das wäre so mein Preis, den ich bereit wäre zu zahlen. Für eine Rally. Das ist kein Scheiß, weil es einfach auch Langzeitspaß reinbringt. Größere Meisterschaften fahren. Das ist halt ein unheimlicher Mehrwert für den Kernpart von so einem Spiel hier. Gerade, weil wir hier so viele geile Original-Kilometer haben. Selbst wenn man die Stages, wenn man selbst immer, so wie ich, zig hunderte Spielstunden zum Teil hat, kennt man die trotzdem irgendwann immer nicht auswendig, weil es einfach auch zu viel ist. Und das jetzt wirklich aus... Also viele können die wahrscheinlich auswendig. Das ist natürlich was ganz anderes als jetzt bei Dirt 3, weißt du. Wo natürlich mittlerweile kennt man da alles auswendig. Weil die auch sehr markant sind, ne? Also abwechslungsreiche Umgebung. Markante Umgebung. Hier ist halt immer... So wie es halt auch bei der echten Rally Wales ist. Du hast halt Wald, du hast mal wieder so ein Stückchen hier. Jetzt ist mir der Motor ausgegangen. Ach du Kacke. Nicht gut. Lange Etappe war relativ fehlerfrei. Also kleine Fehler waren drin, logisch. Aber nach wie vor hatten wir nicht den Big Off, den Big Moment. Und Lambert haben wir zumindest mal ein bisschen was abgeknabbert. Zau hat sich wieder weiter abgesetzt, aber das sieht immer noch relativ eng aus. Ja, die Ruggler haben halt ein bisschen dazwischen gefunkt da am Anfang. Und ja, auch noch zwischendurch der Motor ausgegangen. War nicht so geil. Ah, okay. Aber wir haben noch nicht mal Halbzeit. Jetzt haben wir noch eine Stage heute. Die Stage 6. Ich glaube ich nochmal eine kürzere. Machen wir mal ein bisschen pushen. Konzentrieren. Und dann zumindest mal Platz 4 vielleicht schon mal sichern. Und dann im zweiten Teil der Ready sozusagen in den nächsten beiden Folgen mal richtig angreifen. Aber jetzt von der Spitzengruppe nach wie vor keiner ausgefallen. Das ist eigentlich schon mal gut, weil ich habe gern halt die Competition. So, gucken wir mal. Nächste Etappe. Fernwind. 5,7 Kilometer. Viele Holzstapel. Gefährlich. Bedeckt. Kein Regen. Schon mal gut. Regenwahrscheinlichkeit auch auf den nächsten Etappen nicht so übermäßig hoch. Aber es kann passieren. Und wir haben auch nochmal zwei Nachtetappen am Anfang der nächsten Folge, glaube ich. So, Bremse rein. 4, 3, 2, 1, Vorsicht. Und bloß keinen Frühstart. Die 10 Sekunden Strafzeit. Die würden hier jetzt sehr wehtun, gerade in dem Moment. Dann gehen wir mal alles. Jetzt wirklich ein bisschen Ruhe reinbringen vom Reden. Und dann einfach eine gute Zeit abräumen. Das ist schon mal knapp. Da hat er das walisische Moos abgeräumt. Hier muss er aufpassen, vorm Sprung ist er nicht versetzt. Ich bin sehr weit innen. Kann ich das noch halten? Gerade so. Ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen. Da war ich zu euphorisch. Jetzt muss man gleich diese Kehre da, ne? Ja, genau hier. Okay, bisher läuft das ja ganz gut, bis auf den kleinen Moment. Jetzt geht sie durch diese Tore. Ich frage mich ja, wofür die sind, die Dinger. Diese Tore da. Die nur für die Rallye oder haben die auch noch eine Bewandlung? Ich meine, diese ganzen Wege, auf denen man hier fährt, die sind ja tatsächlich normale Schotterwege, auch für Anwohner, für Landwirtschaft. Das war ja in Finnland zum Renault-Koneos-Test. Da sind wir durch Finnland gefahren. Da habe ich das mal gesehen, wie das da wirklich so aussieht. Das war super, super spannend. Das Land an sich natürlich. Die Beschaffenheit einfach. Das ist so witzig, diese Straßen dort. Aber da können wir nochmal drüber reden, wenn wir bei der Rallye Finnland nochmal sind. Ich bin zu weit rechts. Oh, wenn das jetzt nicht ein Reifen kostet. Der Spoiler ist vollkommen dreckig. Kuppe Vorsicht, links 5, mach zu bis 1. Rechts halten über Kuppe, 80, durchsenke. Kuppe rechts, 6, halb lang. 150, über Kuppe Welle. Achtung, links halten über Kuppe. Links 6, 60. Rechts 6, durchsenke. Rechts halten über Kuppe. 150, rechts halten über Kuppe. Achtung, links 3. Und Point. Oh, dass die Reifen halten bleiben. Was meint, das passiert manchmal schon recht schnell bei der Rallye, dass der Reifen sich verabschiedet. Ich fahre übrigens mit 540 Grad Lenkeinschlag. Nein, nicht kurz vorm Ziel. Oh, ich bin durch, ey. Boah. Da wäre ich jetzt fast im Graben im Wald gewesen. Aber Stage ist durch. Und die war ziemlich gut sogar. Also. Boah. Hi, 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 hi. Wir haben 5 Sekunden auf die beiden vor uns liegenden. Haben wir abgezwackt. Ey, die sind alle fast gleich schnell gefahren, ne? Hi, 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 hi. Alter Schwede. Der Ziel einläuft. Ich hoffe, es ist nicht zu viel im Auto kaputt. Können wir gleich nochmal schnell gucken. Okay. Für die Gesamtwertung bedeutet das, wir haben Lambert auf jeden Fall geknackt zur Halbzeit. Das ist schon mal sehr geil. Und auch ein bisschen wieder aufgeholt auf den Zau. Gut. Also ich sag mal, Podium ist in Sichtweite. Bisher wurde uns noch kein Konkurrent weggenommen, sag ich mal, aus der Rally. Ist dann ja auch gut. Also es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und müssen das Tempo ein bisschen erhöhen hier in Pond Maw. Und da geht es dann morgen mit weiter. Nachtstages gleich mal zwei Stück. Pond Maw. 2x4,7,7 oder 4,8 Kilometer. Zwei relativ kurze Etappen. Hier sehen wir, das wird hauptsächlich jetzt in die Richtung Rechtskurven geben im zweiten Teil. Und danach Linkskurven. Also kann man sich schon mal geistig ein bisschen drauf einstellen. Ich hoffe, das Auto wird wieder voll repariert. Aber das erfahren wir dann morgen. Kleiner Cliffhanger an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mich nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.